Erster Akt Fünfte Szene Finstere Galerie Nephistopheles, was ziehst du mich in diese düsteren Gänge? Ist nicht da drinnen Lust genug, im dichten, bunten Hofgedränge Gelegenheit zu Spaß und Trug? »Faust, sag mir das nicht, du hast's in alten Tagen längst an den Sohlen abgetragen. Doch jetzt dein Hin- und Wiedergehen ist nur, um mir nicht fortzustehen. Ich aber bin gequält zu tun, der Marschalk und der Kämmerer treiben mich nun, der Kaiser will, es muß sogleich geschehen, will Helena und Paris vor sich sehen. Das Musterbild der Männer, so der Frauen, in deutlichen Gestalten will er schauen. Geschwind ans Werk, ich darf mein Wort nicht brechen.« Mephistopheles »Unsinnig war's, leichtsinnig zu versprechen.« »Faust, du hast Geselle nicht bedacht, wohin uns deine Künste führen. Erst haben wir ihn reich gemacht, nun sollen wir ihn amüsieren.« Mephistopheles »Du wähnst es Füge sich sogleich. Hier stehen wir vor steilern Stufen, greifst in ein fremdestes Bereich, machst frevelhaft am Ende neue Schulden, denkst Helenen so leicht hervorzurufen, wie das Papiergespenst der Gulden, mit Hexen, Fexen, mit Gespenst, Gespinsten. Gielkröpfigen Zwergen steh ich gleich zu Diensten, doch Teufelsliebchen, wenn auch nicht zu schelten, sie können nicht für Heroinen gelten.« »Faust, da haben wir den alten Leierton, bei dir gerät man stets ins Ungewisse. Der Vater bist du aller Hindernisse, für jedes Mittel willst du neuen Lohn, mit wenig Murmeln weiß ich's, ist's getan. Wie man sich umschaut, bringst du sie zur Stelle.« Mephistopheles »Das Heidenvolk geht mich nichts an, es haust in seiner eignen Hölle, doch gibt's ein Mittel.« »Faust« »Sprich und ohne Säumnis.« Mephistopheles »Ungern entdecke ich höheres Geheimnis, Göttinnen thronen hier in Einsamkeit, um sie kein Ort noch weniger eine Zeit. Von ihnen sprechen ist Verlegenheit. Die Mütter sind es.« »Faust« »Mütter« »Mephistopheles« »Schaudert's dich?« »Faust« »Die Mütter, Mütter, es klingt so wunderlich.« Mephistopheles »Das ist es auch. Göttinnen, ungekannt, euch Sterblichen, von uns nicht gern genannt. Nach ihrer Wohnung magst du ins Tiefste schürfen. Du bist selbst schuld, daß ihrer wir bedürfen.« »Faust« »Wohin der Weg?« »Mephistopheles« »Kein Weg, ins Unbetretene, nicht zu Betretende, ein Weg ins Unerbetene, nichts Erbittende. Ist du bereit?« »Nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben. Von Einsamkeiten wirst du umhergetrieben. Hast du Begriff von Öd und Einsamkeit?« »Faust?« »Du spartest«, dächt ich, solche Sprüche, »hier wittert's nach der Hexenküche, nach einer längst vergangenen Zeit.« »Muß ich nicht mit der Welt verkehren? Das lehre Lernen, lehres Lehren?« Sprach ich vernünftig, wie ich's angeschaut, erklang der Widerspruch gedoppelt laut, mußt ich sogar vor widerwärtigen Streichen zur Einsamkeit, zur Wildernis entweichen und, um nicht ganz versäumt, allein zu leben, mich doch zuletzt dem Teufel übergeben. Mephistophilus? »Und hättest du den Ozean durchschwommen, das Grenzenlose dort geschaut, so sähst du dort auch Well auf Welle kommen, selbst wenn es dir vom Untergange graut. Du sähst doch etwas, sähst wohl in der Grüne, gestillter Meere, streichende Delfine, sähst Wolken ziehen, Sonne, Mond und Sterne, nichts wirst du sehen in ewig leerer Ferne. Den Schritt nicht hören, den du tust, nichts Festes finden, wo du ruhst.« »Waust?« »Du sprichst als Erster aller Mystagogen, die treue Nyophyten je betrogen. Nur umgekehrt, du sendest mich ins Leere, damit ich dort so Kunst als Kraft vermehre. Behandelst mich, daß ich, wie jene Katze, dir die Kastanien aus den Gluten gratze. Nur immerzu, wir wollen es ergründen, in deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden.« »Mephistopheles?« »Ich rühme dich, ehe du dich von mir trennst, und sehe wohl, daß du den Teufel kennst, hier diesen Schlüssel nimm.« »Faust? »Das kleine Ding!« »Mephistopheles?« »Erst faß ihn an und schätz ihn nicht gering.« »Faust?« »Er wächst in meiner Hand, er leuchtet, blitzt.« »Mephistopheles?« »Merkst du nun bald, was man an ihm besitzt? Der Schlüssel wird die rechte Stelle wittern, folg ihm hinab, er führt dich zu den Müttern.« »Faust?« »Den Müttern! Trifft's mich immer wie ein Schlag, was ist das Wort, das ich nicht hören mag?« »Mephistopheles?« »Bist du beschränkt, das neues Wort dich stört? Willst du nur hören, was du schon gehört?« »Dich störe nichts, wie es auch weiter klinge, schon längst gewohnt, der wunderbarsten Dinge.« »Faust?« »Doch immer starren such ich nicht mein Heil. Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil. Wie auch die Welt ihm das Gefühl verteure, ergriffen, fühlt er tief das Ungeheure.« »Mephistopheles?« »Versinke denn! Ich könnt auch sagen steige, s'ist einerlei, entfliehe dem Entstandnen.« »In der Gebilde losgebundene reiche!« »Ergetze dich am längst nicht mehr vorhandnen! Wie Wolkenzüge schlingt sich das Getreibe! Den Schlüssel schwinge! Halte sie vom Leibe!« »Faust?« »Wohl! Fest ihn fassend fühl ich neue Stärke! Die Brust erweitert hin zum großen Werke!« »Mephistopheles?« »Ein glühender Dreifuß tut er endlich kund, du seist im tiefsten, allertiefsten Grund! Bei seinem Schein wirst du die Mütter sehen, die einen sitzen, andere stehen und gehen, wie's eben kommt. Gestaltung, Umgestaltung, des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung! Umschwebt von Bildern aller Kreatur, sie sehen dich nicht, denn Schämen sehen sie nur. Da, faß ein Herz, denn die Gefahr ist groß, und gehe gerade auf jeden Dreifuß los! Berühr ihn mit dem Schlüssel!« »So ist's recht!« »Er schließt sich an, er folgt als treuer Knecht!« »Gelassen steigst du, dich erhebt das Glück, und ehe sie's merken, bist mit ihm zurück!« »Und hast du ihn einmal hierher gebracht, so rufst du Held und Heldin aus der Nacht!« »Der Erste, der sich jener Tat erdreistet, sie ist getan, und du hast es geleistet!« »Dann muss fortan, nach magischem Behandeln, der Weihrauchsnebel, sich in Götter wandeln!« »Faust!« »Und nun? Was jetzt?« »Mephisto Phyllis!« »Dein Wesen strebe nieder! Versinke stampfend! Stampfen steigst du wieder!« »Wenn ihm der Schlüssel nur zum Besten frommt! Neugierig bin ich, ob er wiederkommt!« »E.A.Pol Productions«